Ihr könnt was von uns lernen, im Allgäu geht's nicht drum beim Statussymbol. Es geht nicht drum, was der Karer kostet, sondern was er einmal kostet hat. Und wie man den Verschleiß von ihm fernhalten kann durch Lammfell. Lammfell auf dem Sitz, Lammfell am Lenkrad, das ist im Grunde alles voller Lammfell. Wenn man vorne reinschaut, sieht man nur einen Filzhurt, zwei Augen und Lammfell. Am Rückspiegel baumelt der Rosakranz.